Ein bisschen verrostet, da haben wir gesagt, ist egal. Einmal Farbe gekauft, Schweinchenrosa Metallic und da haben wir das Ding angestrichen. Und jetzt fahren wir mit dem alten Ford 710M rum. Und da haben wir dann alte Autos und Rock'n'Roll. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja! 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 Oh! Komm am Freitagnacht vom Auftritt zurück Liegen auf der Autobahn Sieht Sieger von Taunus, der Motor schreit Und dann zurück nach Hamburg mit Gitarrenblut am Arm Alte Autos und Rock'n'Roll kommen immer zu spät, Baby Alte Autos und Rock'n'Roll der Rock'n'Roll rollt und das Auto steht Den Windmännchen am Montag um 8 Schneeweiße Jacke und die Schuhe geputzt Der Anlass verstreit und die Kupplung kracht Weg ist die Braut und die Jacke versaut Oh Scheiße! Alte Autos und Rock'n'Roll kommen immer zu spät, Baby Alte Autos und Rock'n'Roll Der Rock'n'Roll rollt und das Auto steht Alte Autos und Rock'n'Roll kommen immer zu spät, Baby Alte Autos und Rock'n'Roll I love you, honey 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 Nie mehr alte Autos Nie mehr zwischen Hamburg und Bremerhaven stehen bleiben Lieber unser guten alten Freund und Massisten Martin Hofbauer Ich bin ein paar Jahre altos 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 Musik 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 Martin Huffo Ambassion Musik 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 Gang Und dann über Münster, Dortmund, auf die A43 in Richtung Essen, weil der Hund ein guter alter Freund von uns, viele kennen ihn, Fritze Krupp, Friedrich Krupp, sind wir hingegangen und haben gesagt, Mensch Fritze du, bau uns mal eine lange, eine 10 Meter lange Eisenstange und das Ding muss mindestens 5 Tonnen schwer sein. Dann hat er gesagt, ja, ich nehme mal die Schaufel, ich mache mal den Hochofen ein bisschen an, hat ein bisschen geschaufelt, hatten uns das Ding gebaut, 5 Tonnen schwer, 10 Meter lang, wir haben die Eisenstange genommen und haben sie über die Schulter gelegt und sind damit zu Fuß zurück auf die A43 von Essen über Dortmund, Münster, Osnabrück, Delmenhorst bis nach Bremen. Gelaufen Und da haben wir die alte Karre stehen sehen, eigentlich noch ein bisschen weiter, Grundbergsee auf der Raststätte standen. Und da sind wir zu der Karre hingegangen, haben das 5 Tonnen schwere Eisengerät genommen, haben es durch die Luft geschwungen Und haben die Karre damit in Grund und Boden geprügelt, Baby, yeah, 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 yeah. Bis du nur noch 5 Zentimeter des Daches aus dem Asphalt herausrachten. Ja, der Fachmann sagt, wir haben das Auto so ein bisschen tiefer gelegt, ne? Aber nie mehr alte Autos, Baby, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Ja, der Fachmann sagt, wir haben das Auto, Baby, ja, 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 ja. Ja, der Fachmann sagt, wir haben das Auto, Baby, ja, 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 ja. Ja, der Fachmann sagt, wir haben das Auto, Baby, ja, 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 ja. Der Fachmann sagt, wir haben das Auto, 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 wir guitar solo Yeah!